die besseren Teilchen. So, ähm... Teilchen. Schrieb doch jemand bei Twitter, sein Bäcker hätte für den mobilen Brötchenbringendienst ein Elektrofahrzeug gekauft und hat das Teilchenbeschleuniger genannt. Das fand ich auch sehr schön. Was ich jetzt gelernt habe, die Elektrofahrzeuge von der Post, diese kleinen Kastigen, die landen jetzt gerade sehr häufig wohl im Gebrauchtverkauf. Kannst du kaufen für... Ja, das habe ich auch gesehen. Irgendwie 8.000 bis 9.000 Euro kriegst du die Dinger. Und die fahren immer noch 100 Kilometer oder so. Ja, ja, die wollen jetzt, glaube ich, dann irgendwann mal so im regulären Handel quasi. Aber die haben tatsächlich, ähm... Also bei uns hier, Edeka und in Wunstorf, der hat jetzt so ein Ding gekauft und da seine Edeka-Bepper drauf gemacht als irgendwie Transportfahrzeug oder so. Ja, warum auch nicht? Ja, ja. Und die Batterien sind halt immer noch gut, ne? Die fahren halt immer noch, was weiß ich, 150 Kilometer oder so. Ich weiß nicht, ob das ein Führerschein-B-Auto ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei siebeneinhalb Tonnen gedeckelt ist, aber wissen tue ich das nicht. Also Klasse 3 wäre das dann. Die neuen Klasse... Das ist ein Auto-Auto. Ich glaube, das fährst du ganz normal als Auto, oder? Ich weiß nicht, wie das bei den neuen Führerscheinen ist. Also die, die wir noch gemacht haben, die Führerscheine, da darfst du ja bis siebeneinhalb Tonnen fahren und auch noch einen Anhänger oder so. Ähm... Und die neuen Führerschein-Klassen kenne ich nicht. Habe ich nichts mit zu tun. Ralf, es geht nicht darum, was die Karre wiegt, sondern wie viel sie beladen werden kann. Also wie viel sie insgesamt wiegen kann, wenn sie voll beladen ist. Und das weiß ich nicht. Bin ich ja gleich soweit. Ja, David, die gibt es seit 1999 oder so. Ich weiß nicht, seit wann es die gibt tatsächlich. Aber ich habe so einen rosa Lappen gemacht. Die Führerschein-Klassen, die neuen. Ach so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach meinen dann mal irgendwann übertragen lassen. Und da waren dann die... Dann habe ich geguckt auf dem neuen, so ein Kärtchen. Habe ich geguckt, ob die Symbole alle, mit denen wir beeinstimmen, was ich mal in Prüfung für gemacht habe. Und das hat gut ausgesehen. Und dann war das in Ordnung. Da habe ich halt so ein bisschen Bammel davor, dass die irgendwas verbocken, wenn ich das umschreiben lasse. Ich glaube nicht, dass das passiert. Aber ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Am Anfang war das wohl häufiger mal passiert. Ich glaube nicht. Wenn das ein echtes Problem wäre, dann hätten wir da schon längst von gehört. Christian, ja, die sollen irgendwann ausgetauscht werden müssen. Aber ich bin noch nicht an der Reihe. Und so lange mache ich das auch nicht. Ich habe das gemacht, weil das... Also A, weil es eh irgendwie... Der Platz im Portemonnaie ist halt das Problem. Du hast halt eine super kleine... Eine super kleine, super... Verstehe ich schon. Oh, handliche Karte dann. Ist aber noch ein bisschen Zeit, bis ich dran bin mit Austauschen müssen. Und selbst dann ist das kein Verbrechen, da mitzufahren. Tja. Bekannter von mir ist noch mit dem grauen Lappen rumgefahren. Na, dann kriegst du aber irgendwann Probleme. Naja, sie können dich anhalten und können sagen, Ordnungswidrigkeit 10 Euro oder sowas. Aber deswegen sind deine Personalien da trotzdem drauf. Und sie können dich trotzdem in der Kartei prüfen, ob du einen Führerschein hast. Also man muss auch solche Sachen echt nicht höher hängen, als sie wirklich sind. Ey, das ist ein... Sollen wir mal an die Füße fassen? Lass uns mal loslegen. Wir sollen sie nicht... Sollen wir nicht an die Füße fassen. Lass uns mal loslegen. Genau. So, hier drücke ich drauf. Die heutige Folge wird euch präsentiert von... Von EnneLoop. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Ah ja. Hallihallo. Da ist es. Wenn du Akkus in die Kamera zeigst, kann ich Ladegeräte zeigen. Sehr schön. Sehr schön. Ach, es ist so schön warm hier, da lade ich die Akkus nicht. Die laden bei der Hitze von... Heute sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Es ist der 19. Juli 2022 und wir sind wieder live dabei und wenn ihr auch live dabei seid, zum Beispiel auf dem Slack im Kanal HS Fragen, nee, im Kanal Dienstags 18 Uhr, da werden wir begleitet, dürft ihr auch gerne Fragen reinwerfen. Nämlich auf dem Slack im Kanal HS Fragen, jetzt passt da rein, auf Twitter mit dem Hashtag HS Frage oder einfach auch gerne mal einen Audiokommentar an info at happyshooting.de in unserer Mailbox. Tja, heute haben wir... Was haben wir denn heute alles? Wir haben heute unter anderem Nonnenkloster, Ulf. Ulf haben wir heute. Wer kennt ihn nicht? Drucken. Wir haben ein paar Dali-News tatsächlich, interessanterweise. Wir haben zoombare Bilder und... Oh. Das klingt wie eine Tanzart. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Zoombare Bilder. Wie tanzt man so? Zoombar irgendwie was. Keine Ahnung. Kam mir bekannt vor. Macht nichts. Ein Wetterchen. Ey, ich war bei... Ich war bei dem... Bei dieser Hitze waren wir draußen, beim Pony am Wochenende und da habe ich ein paar Fotos gemacht unterwegs von anderen Pferden, von jungen Pferden, so für die BesitzerInnen. Und... Hab die jetzt zu Hause dann bearbeitet. Das sind echt total schräge Farben. Das ist irgendwie so ein natürliches Pastell, so in diesem knalligen Sonnenlicht. Die Wiesen sind alle nicht mehr grün. Das ist alles schon so Steppencharakter draußen. Du hast nirgendwo mehr wirklich richtig Farbe. Aber Pastell ist doch eher so wenig Kontraste und so weiter im prallen Sonnenlicht. Hast du doch harte Kontraste. Ja, deswegen... Das ist ja auch kurios. Also du hast schon Kontraste, aber diese ganze Farbwahrnehmung ist pastellig. Weißt du? Du hast halt Holzpflöcke, wo die Zäune dran befestigt sind. Das ist aber halt auch schon so ein altes, verwittertes, blassbraun Holz. Dann hast du die ehemals Wiese, was eigentlich nur noch Steppe ist. Also alles so ein blassgelb irgendwas, Sandfarbe. Ja, so ein Natursepia, David. Genau, das ist völlig abgefahren. Und selbst vom Mais die Blätter im Hintergrund sind auch nicht so richtig sattgrün. Die sind halt auch schon eher blassgrün. Also das ist wirklich... Bist du sicher, dass du nicht Raps meinst? Ja, bin ich sicher. Okay, das war ein Insider. Ja, wir... Oh, ein Sonnenblumenfeld haben wir gesehen. Habt ihr auch ein Sonnenblumenfeld bei euch in der Nähe? Oh, einiges. So ein Riesenfeld. Und dieses Sonnenblumenfeld, das ging auch noch über so eine Kuppe rüber bei dem Feld, sodass du wirklich das Ende nicht gesehen hast. Das ging einfach bis Ende. Ah, das war geil. Ja, gibt's hier in der Gegend auch Sonnenblumen. Haben wir durch Zufall gesehen, weil wir Landstraße gefahren waren und mal nicht Autobahn aus Gründen. Und da muss ich direkt anhalten, nochmal umdrehen. Da haben wir uns das angeguckt und ein paar Fotos gemacht. War toll. Ja, ist doch cool. Steht gar nicht auf der Themenkarte, fand ich trotzdem. Wir haben ein Follow-up von letzter Woche. Da erinnerst du dich an das Nonnenkloster, wo wir gesagt haben, das ist eine... Also das war bei der Bildbesprechung. Das ist irgendwie eine Bahn-Ding, genau, U-Bahn-Station oder sowas. Da hatte der Franz nämlich das Bild gepostet und dann oben so dieses Bild von den Nonnen eingeblendet mit diesen Blüten. Genau, weil die Dachkonstruktion so aussah wie so ein Nonnenblutchen. Schreibt da tatsächlich, Hallo Chris, vielen Dank für das Würfel meines banalen Bildes eines angeblichen Nonnenklosters. Nein, es ist kein Kloster, aber der Bella Vista Bahnhof der fahrerlosen Metrolinie im Nordwesten Sydney ist. Siehst du? Ach, guck. Also, doch. Fahrerlose Metro. Hatten wir aber recht, es war tatsächlich irgendeine Bahnlinie. Das war nämlich tatsächlich... Ich glaube, man erkennt Architektur einfach, wenn die... Ist verrückt, oder? Ich meine, das ist Sydney und trotzdem kommt man drauf, ja, so sieht halt... Das hat sich sofort so angefühlt, wie eine Haltestelle von irgendwas. Ja, genau. Finde ich gut. Nun ja. Ja, dann haben wir Nachtrag von Wilhelm. Ja, ich habe es mal als Nachtrag einsortiert. Während Ralf übrigens im Slack ein schönes Foto eines großen Sonnenblumenfeldes zeigt. Ja, ja, genau sowas. Sehr hübsch. Ich habe jetzt leider die Fotos nicht zur Hand, sonst könnte ich sie ja auch posten. Ja, und zwar geht es um Humidore für Dias und Negative. Und das war eine Frage, die uns per E-Mail erreicht hat von Wilhelm. Vielen Dank an dieser Stelle dafür. Und da fiel mir ein, dass wir vor ein paar Folgen auf eine Hörerfrage geantwortet hatten, so, wie lagere ich denn die Negative am besten? Was für eine Foto, also was für eine Negativtasche, aus welchem Material am besten? Und da war eben auch die Frage, wie lagert man das? Und da hatte ich scherzhaft noch hinterher geschoben, ja, oder einfach so ein Humidor kaufen. Und dann hast du halt deine kontrollierten Luftumgebung und Bedingungen. Da haben wir noch geschmunzelt. Und prompt erreicht uns diese Frage. Also, hallo, habt ihr euch schon mal mit so etwas beschäftigt? Da ich einen Schrank für meine Fotoausrüstung suche, bin ich auf so etwas gestoßen. Wir sehen es jetzt auch auf der Webseite eingeblendet. Stellt euch vor, das ist halt so ein Schrank, sieht so ein bisschen aus wie so ein Tresorschrank oder so, mit Regalen oder wie eine massive Vitrine. Und da ist halt eine Glastür davor. Und da drinnen, oben sind so ein paar Knöppel. Und drinnen ist halt dann halt kontrollierte Luftumgebung. Und er schreibt weiter, hatte vor zig Jahren mal gelesen, das soll die beste Lösung sein, um die erst um negative und negative aufzubewahren. Kennt ihr jemanden, der das für seine Ausrüstung benutzt? Oder Alternativen? Eure Meinung würde mich interessieren. Bekommt man auch bei Amazon, die meisten aus China, wo teilweise noch über 300 Euro Versandkosten fällig werden. Und wer weiß, was der Zoll noch haben möchte. Also das ist hier ein Gerät gewesen, das liegt auch so um 300, 400 Euro im Einkauf hier in Deutschland. Das sind halt riesen Koffer, also die sich aus China senden zu lassen. Das ist nichts, was irgendwie als Füllmaterial im Container mitgesendet wird für 3,80 Euro. Das kostet schon richtig Geld. Und jetzt ist halt die Frage für die Fotoausrüstung. Also für negative und so weiter kann ich das ja noch, auch wenn ich das im Scherz gesagt habe, kann ich mir das aber schon vorstellen. Also wenn du jetzt keinen Raum hast, der irgendwie eine humane Luftfeuchtigkeit hat konstant oder du hast immer mit starken Temperaturschwankungen zu tun, so Dachboden ist halt jetzt keine so clevere Idee zum Beispiel, ein feuchter Keller auch nicht unbedingt. Und was machst du dann? Je nachdem, wo man halt lebt und wie man so wohnt, kann das ja eine Idee sein. So, wenn das wirklich wertvolles Material ist und das soll wirklich zerstörungsfrei über lange Zeiträume gelagert werden. Kostet natürlich auch Geld, braucht auch Strom und so. Ja, also für mich ist das völlig übertrieben. Mir reicht es halt, die negative in den Ordner zu packen und die in den Schrank zu stellen. Und dann ist auch gut. Also da, wo ich mich aufhalte, mein Leben lang, das muss das negativ aushalten. Da komme ich persönlich mit klar. Bin da jetzt aber auch nicht so der Analogprofi. Da kann Chris sicherlich mehr dazu sagen. Was jetzt die Fotoausrüstung betrifft, also Capara und Objektive, verfahre ich halt genauso. Also ich habe hier einfach eine Vitrine und einen Schrank und eben meine Fototasche. Da liegt das Zeug drin. Das, was ich nicht so oft brauche, liegt halt hier im Schrank bzw. der Vitrine. Und das, was halt regelmäßiger im Einsatz ist, liegt im Fototrolley, im Einsatzbereit. Und damit fahre ich jetzt seit vielen Jahren völlig problemlos. Also ich bin da, ich gehe da mal die pragmatische Linie. Das ist ein, ja was ist das, ein Temperaturschrank, der möglicherweise auch die Luftfeuchtigkeit ein bisschen mit reguliert. Und der nicht nur ein paar hundert Schlappen kostet plus ein paar hundert Versand aus China, sondern der dann auch noch jedes Jahr irgendwie, was weiß ich, Fettstrom frisst, um seine Arbeit zu verrichten. Ich fotografiere jetzt halbwegs ernsthaft seit über 30 Jahren. Und ich habe sowas bei keinem Profi und ich habe mit einigen zu tun gehabt bisher im Einsatz gesehen. Also wenn jemand sagt, dass das unglaublich wichtig wäre, seine Ausrüstung so aufzubewahren oder auch seine negative so aufzubewahren, dann sind das wahrscheinlich die Hersteller von diesen Schränken. Wobei die glaube ich auch nicht von Fotoausrüstung sprechen bei den Schränken. Ja, wie gesagt, also man kann überall ein Häkeldeckchen drauf machen und aus Angst, dass man irgendwas kaputt macht, aber Fotoausrüstung ist deutlich robuster, als man denkt. Ja, Dachboden ist sowohl für negative als auch für Kameras nicht gut wegen der starken Temperaturschwankungen. Ein Keller, ein feuchter ist natürlich auch nichts. Wir haben in unserem Analogbuch, absolut analog, übrigens jetzt gerade im Handel, frisch, heute zwei Kartons bekommen mit unserem Belegexemplar, da wird das Thema auch mal ein bisschen aufgerollt. Und das Thema Archivierung kannst du so oder so fahren. Wir haben zu Hause Räumlichkeiten, in denen, wie du sagst, in denen wir uns aufhalten und die damit eigentlich immer in einem einigermaßen gemäßigten Bereich liegen. Und eine der guten Ecken, wo man das Zeug aufbewahren kann, speziell negative, ist zum Beispiel das Schlafzimmer. Da packt man sich irgendwo in der Ecke vom Schrank, macht man sich ein bisschen Platz und dann organisiert man sich. Was viel wichtiger ist bei solchen Sachen, ist, dass man die Materialien, in denen man es aufbewahrt, dass die nicht problematisch sind, dass die archivfest sind. Da geht es dann bei so Papierboxen zum Beispiel um den Lignin-Gehalt und um andere Sachen, die da ausdampfen können und die möglicherweise eure negativen, auch die Hüllen, die möglicherweise über die Zeit einfach denen nicht gut tut. Das fängt aber eigentlich schon dabei an, dass man seine Negative zum Beispiel ordentlich wässert. Dass der Thiosulfat-Gehalt von den Fixierern ein gewisses Level unterschreitet und so weiter. Weil das sind dann Sachen, die auch auf Dauer nicht helfen. Also wenn es da schon nicht richtig stimmt, dann ist alles, was danach gelagert ist, ist auch nicht wirklich hilfreich. Negativ fühlen zum Beispiel. Gibt es welche, die sind aus Plaste und gibt es welche, die sind aus Pergamin. Moni und ich sind erklärte Fans von Pergamin. Das ist so ein papierartiges, so ein Butterbrot-papierartiges Ding, wo man so ein bisschen durchgucken kann. Darin können die atmen. Und dann gehen die tatsächlich auch so leichte, leichte Feuchtigkeitsschwankungen mit. Und das ist überhaupt kein Problem. Ich habe schon Negative in den Fingern gehabt, die vor 80 Jahren belichtet wurden, die heute auch noch völlig okay sind. Also meiden, die Extreme meiden, die großen Temperaturschwankungen, die feuchten Keller. Aber in einem normalen Umfeld, in einer Wohnung, sehe ich da erst mal gar keine Probleme. Das richtige Archivieren, was man in einem staatlichen Archiv macht oder was weiß ich, im George Eastman Museum in Rochester, wo die irgendwie die gesamte Fotogeschichte in einer großen Halle eingelagert haben. Ja, die haben dann große Maschinen, die dann die Temperaturen, die Feuchtigkeit exakt halten und die dann auch immer schön die Halle in leichten Überdruck machen, dass dann von außen nichts reinkommen kann und so und so weiter. Aber das ist für zu Hause, sorry, das ist Overkill. Das ist absolut Overkill. Und zwar auch unter Profis ist das Overkill. Also wer sich so eine Kiste anschafft. Ja, und erst recht halt für Equipment. Also beim Material ist es ja so ein Punkt, da kann man ja wenigstens diskutieren, auch wenn es Overkill ist. Aber dann kann man mal noch sagen, ja, aber das Material kann ja auch mit der Feuchtigkeit aufnehmen und Spannungen und Risse und was nicht alles. Aber ein Objektiv und eine Kamera, also hier im Slack kam auch schon die Frage, wie lange soll denn die Kamera funktionieren? Also es gibt ja auch jetzt noch Kameras, die 100 Jahre alt sind und noch funktionieren. Und wenn sie das nicht tun, war das Problem nicht, dass sie irgendwie bei der falschen Temperatur gelagert worden wären, sondern es ist einfach halt irgendein Öl verharzt, was halt mal ausgetauscht werden muss. Und das wäre im Humidor wahrscheinlich genauso verharzt in dem Alter irgendwann. Also außerdem, wenn ich sehe, was ich meinen Kameras schon zugemutet habe an Wettersituationen und sonst was, da ist die Sache mit dem Humidor, das fühlt sich so ein bisschen an wie eine ganz große Kanone, mit der man auf sehr kleine Sparzen schießt. Und gerade die digitalen Kameras, die werden wahrscheinlich eh schneller durchgetauscht als früher die analogen, weil einfach die Technik sich weiterentwickelt oder eben doch mal ein Defekt dran ist, der sich dann einfach wirtschaftlich nicht mehr lohnt. Ja, also da lasst man halt die Kirche im Dorf. Also das Geld würde ich mir sparen, sowohl von der Anschaffung als auch dem Platz, den man dafür opfert, als auch den Strom, den man dafür investiert. Ich kenne sowas halt eher in der Szene um Zigarren herum, dass halt die Zigarren kontrolliert bei einer kontrollierten Feuchtigkeit und Temperatur gelagert werden sollen. 398 Euro plus Versand. Damit sich da Geschmack nicht verfälscht und was weiß ich nicht. Also ein Schnäppchen, kostenloser Versand ab 100 Euro. Siehst du? Ja. Aber bei einer Zigarre, das ist ein Naturprodukt, das nimmt natürlich Feuchtigkeit auf. Das verstehe ich dann noch eher, dass irgendwelche Fans davon das gerne anders lagern. Vor allen Dingen, wenn sie dann größere Mengen davon lagern. Ja, aber bei Foto-Equipment, ganz ehrlich. Wenn du ordentliches Equipment hast, kannst du auch den größeren kaufen. Der kostet dann 600 Euro. Den gibt es auch in groß. Ja, ja, genau. Ich glaube, das ist genau der gleiche, den man irgendwie für seine Weinsammlung zu Hause hinstellen kann. Aber ich habe nichts über den Stromverbrauch hier gefunden. Ich denke, viel wichtiger als so ein Humidor wäre halt, regelmäßig eine Eislieferung zu bekommen. Energieverbrauch. Der Energieverbrauch ist 1,5 bis 5,3 Kilowatt im Monat. Also wenn man so einen Energieverbrauch angibt, also nicht in Kilowattstunden, sondern in Kilowatt, dann ist das schon mal komplett ähnlich. Wird man dann noch mal fragen, was sie meinen damit. Gehen wir mal weiter zum nächsten Thema. Es gibt nämlich ein Fotomarathon. Ja, eine News vom Weekly Pick. Da sind wir gebeten worden von Daniel und Katrin. Das mal kurz anzuteasern. Und zwar schreiben sie, liebe Happy Shooting Community, in der Weekly Pick Community werden wir einen Remote-Fotomarathon machen und möchten euch gerne einladen, auch dabei zu sein. Da geht es um einen Fotomarathon. Der soll stattfinden am 18.09.2022. Also ein bisschen Zeit ist noch. 18. September. Die Teilnahme erfolgt remote. Ihr könnt also von überall teilnehmen. Finde ich eine coole Idee. Und die Aufgabe wird es dann sein, am 18.09. zwischen 10 Uhr und 18 Uhr acht Bilder zu machen. Also acht Stunden am Tag. Jede Stunde ein Bild, vermute ich. Mit entsprechenden Themen. Themen, die dann an diesem Tag bekannt gegeben werden. Da gibt es dann die erste Hälfte der Themen um 10 Uhr und die zweite dann bei Halbzeit, 14 Uhr. Und der Austausch erfolgt dann über eine private Flickr-Community vom Weekly Pick Fotomarathon. Alle weiteren Regeln und wie das Ganze ablaufen wird, das findet ihr bei Weekly Pick auf der Webseite. Die verlinken wir hier. Solltet ihr den Link jetzt schon am Dienstag oder am Mittwoch, also dem 19. oder 20. Juli 2022 sehen, kann es sein, dass die Seite noch nicht geht. Aber wir haben den Link schon mal vorab bekommen. Da wird dann alles noch mal erklärt werden. Die geht nicht. Ich habe die Seite-Konten leider nicht gefunden. Aber wir verlinken sie. Die ist wahrscheinlich noch privat geschaltet. Die geht demnächst online. Ja, Katrin, Daniel und ganze Weekly Pick-Gruppe finde ich eine coole Aktion. Tolle Sache, vor allem, dass man remote mitmachen kann, gerade in der aktuellen Zeit. Und auch sonst ist das natürlich eine tolle Sache. Da kann man halt auch ohne dann stundenlang durch die Gegend juckeln zu müssen, ein bisschen Spaß haben und Fotos machen. Finde ich cool. Tja. Kommen wir zum kurzen Analog-News. Die ist auch sehr aktuell. Und zwar reden wir kurz von Ulf. Ulf steht für Ultra-Large-Format. Ilford hat Filme. Wird man drauf kommen können. Unter anderem den Ilford Delta 100, den Ilford FP4 Plus und den HP5 Plus. Viele, die analog fotografieren, kennen diese Filme. Und Ars Imago veranstaltet mit Ilford mal wieder wie einmal im Jahr die Ultra-Large-Format-Bestellung. Also du hast diese Filme, werden ja auf großen Rollen gefertigt und die werden dann konfektioniert. Entsprechend in Großformat 4x5 Zoll oder in Mittelformat-Streifen oder in Kleinbildstreifen. Und dann werden die aufgerollt oder in Kartons gepackt und so weiter. Und es gibt aber natürlich auch irgendwo immer wieder Leute, die vielleicht dann doch mal eine andere, ich sag mal, andere Kameras haben, die vielleicht andere Formate haben. Vielleicht auch mal selbstgebaute Kameras zum Beispiel. Naja, und deshalb macht seit einiger Zeit Ilford mit Ars Imago zusammen einmal im Jahr eine Sonderbestellung. Dieses Jahr müssen die Bestellungen dafür bis zum 3. August eingehen. Und es gibt da Formate für diese Filme. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich das hier mal eben schnell zeigen kann. Da ist es. Ja, da reden wir dann so von so Delta 100 von 13 x 18 Zentimeter oder 10,2 x 25,4 Zentimeter. Also das sind diese Zollformate. Da sind sie glatter für 4 x 10 Zoll oder 5 x 7 Zoll oder 6 x 7 oder 6,5 x 8,5. Das sind teilweise historische Kameras, die die nehmen oder teilweise eben auch selbst bauten. 16 x 20 Zoll. Das ist aber schon enorm. Das ist 40 x 50 Zentimeter. Also negativ. Delta 100 in 40 x 50 Zentimeter. Da geht schon was drauf. Leider sind die Zahlen, die da rechts dann ganz rechts in dieser Tabelle stehen, das sind die Preise in Euro dafür. Sind die Euro? Ja, Euro. Also wenn man dann 25 Sheets 16 x 20 Zoll haben möchte, dann muss man halt auch knapp 800 Euro für bezahlen. Das sind halt Sonderschnitte. Deshalb machen die auch so eine Gesamtbestellung. Das gibt es eben als Delta. Das gibt es dann eben auch noch vom FP4 Plus in den verschiedensten Größen. Auch hier, naja, man muss ein bisschen weinen, wenn man die Preise sieht. Das sind aber auch Flächen. Anders kommt man da halt nicht ran. Also 20 x 24 Zoll, 50 x 60 Zentimeter, kosten halt 25 Stück 1169 Euronen. Da musst du schon sehr genau wissen, was du tust. Ja, ja, da hat das Bild natürlich, jedes einzelne Bild natürlich einen deutlichen Wert. Aber wie gesagt, du kommst halt an dieses Material in diesen Formaten normalerweise überhaupt nicht ran. Gibt es nicht. Es sei denn, du arbeitest da und kaufst dir so eine Masterrolle und lässt sie dir zuschneiden. Aber da reden wir dann von einigen zigtausend Euro. Ja, oder du bestellst halt hier mit. Und das ist schon, hier sind noch ein paar Spezialformate. Der HP5, der ist ja zum Beispiel hier auch in 46 Millimeter mal 50 Fuß. Das ist 127er Format. Also den gibt es dann halt auch im 127er Format. Also Rolle, 50 Fuß Rolle. Oder 70 Millimeter mal 50 Fuß Doppelperf, also Doppelperforiert. Das ist dann 70 Millimeter breit für entsprechende, ja, ich weiß gar nicht, Filmkameras oder was. Ich wollte gerade sagen, bei 50 Fuß kannst du, dann auch drehen mit, ne? Ja, und da ist dann die Rolle ganz, ganz günstig, ne? Das sind also 15 Meter mal 70 Millimeter und du kostest nur 302 Euro. Ja, aber ich sag mal so, für manche löst es das Problem, was sie haben. Auf jeden Fall. Na klar. Insofern. Vor allem mit spannendem Material. Das ist auch cool. Abgefahrene Geschichte. Also wer da nicht nur die Lust drauf hat, sondern sich das auch leisten kann, wir verlinken das in den Shownotes. Harman, Ilford-Foto, Ultra, Large, Format, Schnitte. Bis zum 3. August müssen die Bestellungen da sein. Ansonsten müsst ihr ein Jahr lang warten. Hm. Ja. Ja, und wenn man so Bilder hat, dann digitalisiert man die, dann packt man die in sein Lightroom rein und dann möchte man sie auch drucken. Genau. Und dann lässt du sie drucken, dann lässt du sie drucken, bekommst das Ergebnis zurück und sagst, oh, das ist ja viel zu dunkel. So ist es Lukas passiert. Der schreibt, Hallo ihr beiden, ich habe eine Frage zur Bildschirmkalibrierung. Ich habe vor kurzem ein Fotobuch gedruckt. Fotobuch ist dann auch nochmal so ein Thema. Und mir sind alle Bilder zu dunkel. Problem, ich arbeite oft bei maximaler Bildschirmhelligkeit. Da könnten wir schon die Ursache des Problems haben. Beim Anbieter, Saal Digital in diesem Fall, wird empfohlen, dass man seinen Bildschirm bei einer Helligkeit von 90 bis 120 Candela auf Quadratmeter benutzen soll. Jetzt frage ich mich, wie ich das wohl eingestellt bekomme. Ich meine mich zu erinnern, dass Chris beim Thema Bildschirmkalibrierung schon öfters mal gesagt hat, dass er das schon lange nicht mehr macht, da das bei Apple nicht mehr notwendig sei. Das bezog sich aber immer auf die Farben. Nicht auf die Helligkeit. Ich benutze ein MacBook Air von 2015. Ich möchte mir jetzt ungern ein neues Gerät zum Kalibrieren kaufen und habe mal geguckt, ob es irgendwelche Hilfestellungen gibt. Ein Tipp war, dass man sich einfach eine weiße Seite in Photoshop machen soll und sich ein weißes Blatt Papier neben den Monitor legt. Dann stellt man die Displayhelligkeit so ein, bis sich beides in etwa entspricht. Ein anderer Tipp war die Kamera auf ISO 100 Blende 8 und eine 15 Sekunde Belichtung und Foto von der weißen Photoshop-Seite. Danach stand dann aber nicht, also wüsste ich jetzt auch nicht, was das bringen soll. Übersprinke ich mal das Quatsch. Sag ich jetzt mal so. Die Idee, meine Kamera zu Hilfe zu benutzen, kommt mir aber eigentlich ganz charmant vor. Ich suche den Schlüssel auch da, wo Licht ist und nicht da, wo ich ihn verloren habe. Das führt aber nicht immer zum Ziel. Ich könnte jetzt natürlich ein Foto in verschiedenen Belichtungen beim Anbieter bestellen, gucken, welches mir am besten passt, um dann in der passenden Helligkeit das Buch zu bestellen. Aber vielleicht habt ihr noch die ultimativ finale Idee. Vielen Dank und liebe Grüße, Lukas. Jetzt muss ich erst mal sagen, Lukas, du hast einen Haufen guter Lösungen schon genannt und sogar das Problem schon genannt. Deswegen wird uns nicht sehr viel mehr bleiben, als das aufzurollen, außer Chris hat noch eine finale Idee. Ich kann zumindest erst mal die Begrifflichkeiten versuchen zu setzen, weil das oft verwechselt wird. Kalibrieren und Profilieren. Also beim Kalibrieren geht es halt darum, dass du ein Gerät und möglichst nicht nur eins, sondern dass du in der Lage bist, mehrere Geräte auf eine gemeinsame definierte Basis zu stellen. Also erst mal einen Grundzustand. Beim Monitor halt, dass ein Blauanteil eine gewisse Helligkeit hat, ein Rotanteil eine gewisse Helligkeit hat, sodass das Mischverhältnis dann eben ein definierter Weißton zum Beispiel ist. Das ist irgendein Weißton. Das kann auch gelb sein, was dahinter herauskommt. Hauptsache, es ist, wenn alle Geräte werkskalibriert sind, es ist immer dasselbe gelb. Also das ist erst mal so eine Grundkalibrierung, die in Hardware stattfindet. Wird gerne bei Druckern benutzt, die zu kalibrieren. Es gibt Drucker, oder zumindest gab es die von HP damals, die das selbstständig gemacht haben mit einem Farbmuster, was sie gedruckt haben und das selbst wieder gescannt haben. Und haben dann quasi in ihrer Hardware das so angepasst, dass hinterher die Farben dem Werkszustand entsprechen, der Werksvorgabe entsprechen. Und dann gibt es das Profil. Das ist das Profilieren. Da setzt man eben auf ein kalibriertes Gerät auf. Das ist das, was man hier zu Hause mit diesem Messgerät, mit so Spidern und Ähnlichem machen kann. Und da wird dann quasi gemessen, was der Monitor, so wie er jetzt aktuell eingestellt ist, für Farben liefert. Das Ganze wird definiert mit der Vorgabe, also der Farbe, die es sein sollte, also die eigentlich projiziert werden sollte. Und dann kann die Abweichung in einem Profil, in einem Korrekturprofil geschrieben werden und dieses benutzt werden, um die Farben auf dem Monitor zu korrigieren. Das Gleiche macht man auch bei Drucken. Also man kann sich selbst auf seinem eigenen Drucker halt ein Farbmuster drucken, so ganz viele Farbflächen. Und dann gibt es auch da wieder ein kalibriertes Messgerät, wo eben klar ist, dass es korrekt misst. Und die Software weiß, welcher Farbton gemessen werden sollte und welcher tatsächlich gemessen wurde und kann auch dann einen Korrekturwert in ein Profil schreiben. Und das kann man dann wieder beim Drucken benutzen. Da kann der Korrekturwert dann umgekehrt angewandt werden. Und dann kriegst du halt genau die Farbe, die du haben willst, auch aufs Papier. Das gilt im Übrigen auch durchaus für die Helligkeit dann an der Stelle. So, also das heißt, das, was du eigentlich bräuchtest, wäre erstmal ein vernünftiges Profil, mit dem du halt druckst. Das wirst du basal digital aber haben, dass du die Bilder also passend für das Profil auch ausgibst. Jetzt sagst du aber, du hast die Bilder zu dunkeln. Und jetzt muss man sagen, ein Druck, der reflektiert das Licht. Licht scheint drauf, das Licht wird reflektiert. Dabei geht sehr viel Licht verloren. Also ein Print ist erstmal per se immer dunkler als ein Monitor. Da müsste man schon mit sehr viel Licht auf das Papier draufknallen, damit es wirklich hell wird, so hell wie ein Monitor. Das hat man in der Regel aber nicht. Und du kannst sogar den Effekt haben, das ist relativ leicht, den zu bekommen, dass du am Monitor Farben siehst. Die kannst du gar nicht drucken, weil so gesättigte und leuchtende Farben kriegst du in dem Print gar nicht hin, weil eben das Licht ja geschluckt wird. Und eine so starke Reflexion kriegst du dann gar nicht hin, außer wieder mit irgendwelchen Spezialglossifolien oder so Zeug. Und wenn du jetzt mit voller Helligkeit an deinem Monitor arbeitest, auch wenn es ein Notebook ist, das ist schon ganz schön hell. Volle Helligkeit ist immer ganz, ganz schlecht, um den Bildeindruck einzuschätzen, weil du siehst auch die Schattenbereiche von deinen Bildern dann relativ deutlich. Aber die werden im Print natürlich niemals so hell gedruckt, wie du es jetzt gerade am Monitor siehst. Also es wäre schon mal per se, da kommen wir dann zu den möglichen Lösungen, auch schon mal eine Idee, einfach mal den Monitor dunkler zu machen. Einfach mal nicht auf 100 Prozent zu arbeiten, sondern dreh den mal auf irgendwas zwischen 50 und 70 Prozent. Guck dir das mal an. Du hast ja jetzt auch... Das klingt immer noch fast zu hell, weißt du? Also das hängt jetzt davon ab, wie hell der Monitor ist. Ja, vor allem wie hell der Raum ist. Vor allem wie hell der Raum ist. Das ist ja das Ding, was ich mir immer... Für die eigene Wahrnehmung kommt das noch dazu. Genau, was ich da immer mache, ist, dass ich direkt neben dem Monitor ein weißes Blatt Papier halte. Und dann auf dem Monitor was weißes darstelle. Also wirklich weiß, weiß. Und dann drehe ich den mal runter, damit die, dass die beiden quasi das Reflektierte und das Bild auf dem Monitor gleich hell aussehen. Und du wirst dich wundern, wie wenig hell dein Monitor plötzlich noch ist. Ja, ja. Richtig, aber dann hast du eine zuverlässige oder einigermaßen zuverlässige Einstellung, was das angeht. Genau. David bestätigt auch dieses... Also wenn du ein Monitorprofil erstellst mit so einem Messgerät, das Erste, was er dir sagt, ist zu hell eingestellt. Das ist auch das, womit diese Geräte immer anfangen, dass du erstmal die Helligkeit vom Monitor regelst, bis er sagt, jetzt ist okay, und dann startet die Messung. Wie gesagt, das mit dem Blatt Papier, auch Lukas, das hattest du schon genannt. Das ist natürlich ein Tipp, den man auf jeden Fall mal machen kann. Ich habe das durchaus schon mal gemacht hier bei mir im iMac. Ich muss aber sagen, dass ich bei einem so dunklen Monitor dann nicht arbeiten möchte. Also möchte ich das Bild nicht bearbeiten. Also von daher habe ich das dann nicht gemacht. Du hast jetzt natürlich aber noch einen anderen Vorteil. Du hast nämlich jetzt ja Ergebnisse, die dir zu dunkel sind. Und du hast ein Bild auf deinem Monitor. Das heißt, du könntest jetzt auch einfach mal den Monitor mal dunkel regeln, bis so dein Kopf sagt, jetzt sehe ich so die Details auf dem Monitor oder eben auch nicht mehr, wie sie im Druck rausgekommen sind. Und dann hast du vielleicht eine ungefähre Vorstellung davon. Was ich halt gemacht habe, wenn ich hier selber drucke, ist, dass ich halt so einen gewissen Erfahrungsschatz gesammelt hatte, um wie viel dunkler die Ausdrucke halt werden, als ich das vielleicht ursprünglich mal erwartet habe. Und ich habe dann halt einfach bei der Ausgabe für den Druck gesagt, mach mal irgendwie zehn Prozent heller oder so. Also irgendwie so ein paar Klicks heller. Bei Lightroom geht das, wenn man druckt, dann kann man sagen, mach mal für die Druckausgabe ein bisschen heller. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Werteskala da war. Irgendwie was weiß ich, Wert auf drei, vier, fünf, sechs Stellen oder sowas. Und dann ist es halt heller geworden. Und das hat bei mir eigentlich immer ganz gut gepasst. Bei Saal Digital habe ich auch schon mal gedruckt. Da hat es bei mir halt so schon gepasst. Aber ich sitze halt auch nicht am 100 Prozent beleuchteten Monitor. Das würde ich gar nicht aushalten. Ja, was kannst du noch machen? Das Mosaik ist eine sehr gute Idee tatsächlich. Also wenn du weißt, auf was für ein Fotopapier du druckst. Bei Saal Digital ist jetzt halt ein Fotobuch. Da müsstest du gegebenenfalls mal fragen, ob du einen Testprint, also eine Seite mal testdrucken kannst, dass du nicht gleich ein Buch bestellen musst. Was aber eben wie das Buch gedruckt ist. Das hängt, glaube ich, sehr davon ab, was das für ein Buch ist, was man da bestellt. Da könntest du aber tatsächlich fragen und könntest halt mal sagen, okay, ich entwickle jetzt mal ein Bild in vier Helligkeitsstufen. Zwei mal zwei, lass das mal drucken. Dann hast du halt vier Bilder gekachelt und kannst dann hinterher gucken, was entspricht eher deinen Erwartungen. So, wenn es irgendwo dazwischen liegt, dann kannst du es ja dann auch mal per Auge anpassen. Das wäre halt tatsächlich eine Idee. Tja, das sind dann auch schon so die Ideen, die ich halt hier so habe und die ich nutze. Ich muss aber auch sagen, dass ich mich relativ früh davon verabschiedet habe, wie soll ich sagen, ein 100% akkurates Printergebnis zu bekommen. So, dass ich also wirklich jedes Müh im Print in exakt dem Farbton wahrnehme. Das Problem ist ja das Licht, was auf das Papier drauf scheint. Das hat ja auch unter Umständen nicht denselben Kelvinwert wie der Monitor, der mich angeleuchtet hat. Also es ist da sehr besonders so eine Physik dabei. Was nimmt das Auge denn jetzt als weiß wahr? Und wenn ich jetzt irgendwo in einem warmen beleuchteten Zimmer sitze, dann werde ich ein weißes Blatt Papier immer noch als weißes Blatt Papier erkennen, obwohl das überhaupt nichts mehr mit weiß zu tun hat. Und wenn du dann halt versuchst, irgendeinen Grünton oder einen Blauton zu beurteilen und sagst, das sah aber am Monitor irgendwie viel kühler aus oder irgendwie viel besser aus. Aber davon habe ich mich halt relativ früh verabschiedet. Und mir hat es halt gereicht, wenn die Details, auf die es mir ankommt, im Bild halt gut zu sehen sind, wenn die Hauttöne hell genug sind, also dass das Bild nicht schummrig oder dreckig wirkt, sondern wenn es halt leuchtet, wenn es fröhlich aussieht, dann ist es das, was ich erreichen wollte, wahrscheinlich mit dem Bild, mit den meisten jedenfalls. Und das ist okay. Und ich habe halt den Zustand hier, ich kann mal gerade gucken, was habe ich hier für eine Monitorhelligkeit. Also ich bin hier quasi, am iMac sitze ich hier und ich bin knapp über 50 Prozent von der Helligkeit, wenn ich da bearbeite. Ich habe das am MacBook Air, bin ich auch etwas über die Hälfte von der Helligkeit. Ich kann das nicht in Candela sagen, ich kenne die Zahlen nicht. Und wenn ich da Bilder bearbeite und ich schiebe die hier bei mir auf den Drucker oder ich gebe die in ein Fotolabor und lasse die entwickeln, also wir lassen ja auch mal Kalender oder sowas machen, dann passt das schon. Ich merke das schon, dass wenn wir einen Kalender machen lassen, die Bilder ein bisschen dunkler sind, als ich es erwartet habe, dann sage ich mir wieder, ach, das ist, ah, hm. Weil ich habe die Bilder natürlich exportiert hier bei uns auf die Festplatte, auf die Netzwerkfestplatte, damit wir die benutzen können, also Tanja und ich, für irgendwelche Fotogeschenke. Und wenn man die Bilder einfach so nimmt und dann auf den Kalender drucken lässt, das ist ein eher einfacherer Druck auf einem etwas gröberen Papier, dann wirkt es halt einfach dunkler. Und das ist der Moment, wo man eigentlich in der Kalendersoftware dann halt sagen muss, mach mal heller das Bild. So einfach zwei Klicks irgendwie ein bisschen heller machen, damit das halt wieder ein bisschen mehr leuchtet, wenn es rauskommt. Aber es ist auch kein Beinbruch. Also ich hatte noch kein, kein total Versagen da bei den Prints an der Stelle. Also ich denke tatsächlich, 100% Helligkeit, das ist dein Ausgangsproblem. Den würde ich mal runterregeln. Und dann hast du, glaube ich, ganz viel schon gewonnen. Weißt du, dass ich hier meinen Screen tatsächlich gerade auf 100% habe? Der fungiert als Leuchtfläche, weißt du? Der fungiert als Leuchtfläche, weißt du? Auch noch, ja. Was ich jetzt den Monitor dunkler mache, siehst du, wie wenig da Licht? Ja, okay. Der macht dann doch so ein bisschen frontales Licht, zusätzlich zu der Softbox hier oben und so. Ja. Nicht übertreiben mit der Monitorhelligkeit. Ja, Helligkeit ist eh so ein Ding. Und dann hast du das nächste Problem, wenn du sowas immer auf voller Helligkeit fährst, hast du natürlich, dass du dann zu Umgebungen im Vergleich der Umgebung hast, massive Kontraste, mit denen deine Augen ständig klarkommen müssen. Und das sorgt dann auch bei manchen sehr schnell für eine Ermüdung. Das ist dann halt so. Das stimmt. Na gut. Kommen wir zur KI. Ich habe wieder drei Kleinigkeiten von Dali ausgegraben. Zum einen habe ich einen Dali der Woche gemacht für uns hier. ein Bild von zwei Mönchen, die mittelalterliche Mönche in einem Kirchenfenster, rundes Glas, die Kameras in der Hand haben und Porträts schießen. Genau das ist auch das, was wir gerade sehen hier. Genau. Das fand ich irgendwie, ich habe da mal so ein bisschen rumgespielt, wo kann man überall Kameras unterbringen? Und ja, wenn ich Zeit und Bock habe, dann will ich da nächste Woche wieder einen machen. Das ist das eine. Das ist ja, ich hätte das gerne. Das Bild? Ja. Ja, der Link, da kannst du das runterladen auf dem Link. Die sind allerdings nur 1024 Kantenlänge, die Bilder. Das macht nichts. Kriege ich mit YouTube auf die vierfache Größe, äh, mit YouTube, mit Liken auf die vierfache Größe. Genau. Ja, das ist das eine. Das andere ist, ich habe ein Video ausfindig gemacht, bin ich kürzlich drüber gestolpert, und zwar von Vox. Da geht es um Dali 2, und das ist, ähm, von Anfang Juni, da war das noch ganz frisch oder noch nicht mal ganz raus, aber was die tun, die machen einen unglaublich guten Job in dem Video, das ist hier so, weiß ich gar nicht, so viertelstunde lang ungefähr, die machen einen unglaublich guten Job im Erklären, wie denn sowas funktioniert. Besser als ich sie jemals könnte. Also, wie funktioniert denn so ein neuronales Netz? Was steckt denn dahinter? Und was passiert denn da, wenn man da jetzt mal Bilder rechnen lässt? Und, ähm, schauen sich das an, unter anderem am Beispiel von Midjourney, das ist auch so ein Ding, und halt, äh, am Beispiel von, ja, von, von Dali 2, was noch nicht ganz raus ist zu dem Zeitpunkt. Aber es ist wirklich gut. Also, ich habe mir das angeschaut und dachte mir so, ey, das ist, äh, das ist richtig cool. Dann gibt es noch ein Bonus-Video, das ist unten verlinkt, das verlinken wir dann auch noch mal. Und das fand ich fast noch interessanter, ähm, da haben sie nämlich einfach mal mit Künstlerinnen und Künstlern geredet. Was bedeutet das für Künstlerinnen und Künstlern, dieses Dali? Das ist ja auch so eine Sache, wo wir schon drüber gesprochen haben, dass das möglicherweise, äh, von manchen, dass es möglicherweise manchen wehtun wird, dass es möglicherweise anderen, aber auch wieder neue Horizonte aufmachen wird. Das, ich habe jetzt kürzlich so einen schönen Spruch gehört, die Poeten werden die neuen Visual Artists. Mhm. Wer gut schreiben kann. Ich glaube, das ist aber auch ein Thema, wenn du da heute mit Leuten drüber sprichst, das müsste man aufzeichnen und dann in fünf Jahren noch mal da drüber sprechen. Natürlich, ganz klar. Das ist so ein bisschen wie, als das Automobil erfunden wurde, wenn du da mit den Leuten gefragt hast, was das bedeutet und hast dann 20 Jahre später noch mal gefragt, hast du ganz andere Antworten gekriegt. Natürlich. Das ist ja aufgezeichnet hier in diesem Video, ne? Kann man sich dann mal wegbookmarken. Ähm, so und dann drittens, und das fand ich jetzt interessant, ich habe, ähm, wir haben schon mal drüber geredet, dass diese, diese neuronalen Netze, dass die ja von ihren Datasets, auf die sie trainiert wurden, dann auch immer einen Bias mitkriegen, eine, naja, Stereotype, die man dann halt bedient, weil man die im Dataset hatte. Also typisches Beispiel, du gibst ein, Bilder von Ärzten und dann kommen lauter Männer. Also auf Englisch, auf Englisch wird das noch sehr deutlicher, viel deutlicher, weil da, weil das da halt, äh, neutraler ist in der Sprache, genau. Und dann sagst du da, äh, Flight Attendant und dann sind das halt hauptsächlich Frauen und, äh, Hochzeit und dann siehst du halt die klassische westliche Hochzeit mit Bräutigam in Schwarz, Braut in Weiß und so weiter und, ähm, das war tatsächlich ein Thema, was relativ stark, äh, diskutiert wurde in verschiedenen Foren und sie haben es jetzt geändert und zwar vor ein paar Tagen und das ist mir, das ist mir aufgefallen, weil ich hab dann wieder mal was generiert und dann hat es wieder seine sechs Bilder ausgespuckt, übrigens seit gestern nur noch vier pro Generation, die haben das jetzt runtergefahren, damit sie mehr Leute in ihr Beta-Programm lassen, nö, damit sie es ins Beta-Programm, das sind dann quasi 30 Prozent weniger Kapazität, damit kann man mehr Leute auf die Infrastruktur loslassen. Ist ein bisschen schade, aber ich zahle ja auch nichts dafür in der Beta. Ähm, nee, dann haben die also tatsächlich, äh, jetzt umgebaut und haben diese, diese Biases deutlich, ähm, abgeschwächt und das sorgt dann dafür, dass du bei den, ja, vor ein paar Tagen noch sechs Bilder, jetzt nur noch vier Bilder pro Generation, ähm, dann halt auch tatsächlich wesentlich besser durchmischte Geschlechter hast und auch besser durchmischte Features, also da sind dann eben doch mal mehr Menschen mit, äh, mit, die man, die man so als Asiaten liest oder Schwarze oder Menschen aus anderen Regionen der Erde, die halt anders aussehen und, ähm, das ist erstmal sehr begrüßt worden und ich begrüße das auch sehr, weil halt damit Leute auch sichtbar werden, die sonst eben nicht sichtbar sind. Diversität ist immer gut. Genau. Jetzt hast du aber ein Problem und zwar, ähm, sorgt das tatsächlich jetzt, jetzt für Probleme, wenn du zum Beispiel nicht, jetzt nicht spezifisch angibst und vorher musstest du es nicht spezifisch angeben, was du da jetzt für, für, für Zuschnitte haben möchtest, äh, wenn du es jetzt nicht spezifisch angibst und sagst, ich hätte gerne, ähm, Mario, der eine Banane isst, keine Ahnung, irgendwas, ne, also Super Mario, ne, dann kriegst du halt jetzt plötzlich zwischendrin auch einen schwarzen Mario und einen asiatischen Mario. Obwohl du den, obwohl du den so gar nicht erwartet hättest. Und da sind dann ein paar Leute schon sehr erschrocken. Weil natürlich dann auch die Computerspielefigur diversifiziert wird. Richtig. Es werden halt Dinge diversifiziert, die so, die so divers nicht existieren. Es ist einfach, es ist, ich finde es total spaßig, es ist sehr lustig, weil es natürlich Ja, aber es zeigt auch die Problematik. Naja, es, 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 es macht ein vorgefertigtes Weltbild sehr klar deutlich, ne, es, na klar. Stößt die Leute natürlich mit der Nase genau auf diese Thematik, dass eben manche Sachen, dass man vielleicht mal drüber nachdenken könnte, ob man das Ganze mal diverser sehen möchte. Und wenn man es nicht möchte, kann man es natürlich spezifizieren, ne, du kannst natürlich äh, sagen, ich hätte gerne Bilder von einem, äh, Mann aus Nepal, der, ne, und so weiter. Und dann wird da das entsprechend, und dann wird das auch entsprechend gemacht. Richtig, das wird dann auch angepasst, aber du musst halt, du musst halt plötzlich andere Promts schreiben und musst sehr spezifisch sagen, was du willst. Es ist halt nicht mehr, es ist aus der, aus der Implizität in die Explizität gewandert plötzlich. Und das finde ich total spannend, weil das echt Leute zum Nachdenken bringt. Mir gefällt das. Ich finde das ein bisschen wild, wenn halt, äh, das System eine Figur erkennt, also wenn du jetzt eine Comicfigur hast oder sowas, weiß ich, wenn sie jetzt Biene Maya kennt oder sowas und macht das, aber dann plötzlich eine männliche oder eine dunkelhäutige oder eine asiatische Biene Maya wird. Ähm, das fände ich ein bisschen wild, weil die Figur, wie sie ist, ja nun mal vorgegeben ist. Das ist ja, das ist jetzt kein Problem der Diversität. Was ich aber jetzt schön daran finde, was du halt gerade sagst, wenn du jetzt halt einen definierten Output haben willst und das gilt jetzt ja für alle, dann muss es definiert werden, dann musst du das eben dazu schreiben und dass du es dazu schreiben musst, heißt, dass du da mal drüber nachdenkst und in dem Augenblick, wo du darüber nachdenkst, wird einem bewusst und unterbewusst natürlich klar, was man für ein stereotypes Bild in seinem Kopf hat, was man für ein BIOS in seinem Kopf hat, durch einfach die Umgebung, in der man aufgewachsen ist, durch die Erziehung, die man genossen hat. Ich finde das toll, weil ja, wie du sagst, das macht einfach eine Sache sehr bildhaft auch mal ja klarer oder öffentlich. Finde ich gut. Genau, hier ist gerade ein Beispiel auf dem Bildschirm. Ich habe jetzt einfach mal A Group of Doctors eingegeben und das ist schon deutlich diverser, als das vorher jemals war. Das finde ich richtig schön. Also da macht es total viel Sinn. Vor allen Dingen finde ich es auch schön, dass es, also wir sehen eben ein Bild mit Doktoren mit Maske und so weiter und Hütchen hier, so Schutzhütchen und Kleidung. Wir sehen aber auch ein Bild von drei Damen, also drei weiblichen Doktoren, die halt auch ganz nett posen und dann sehen wir auch ein Bild wirklich, wo sie gemischt sind, männlich und weiblich. Also das finde ich wirklich clever. Ich teste jetzt mal noch A Group of Flight Attendants und dann schauen wir mal, wie da jetzt der Bias aussieht. Aber du siehst, er macht nur noch vier Bilder. Das ist schön. Er macht nur noch vier Bilder. Ja, immer noch vor, immer noch hauptsächlich Frauen, tatsächlich interessant, aber hier ist einmal ein Herr dabei, ja. Ja. Na gut, aber natürlich immer noch ein Klischee, aber da wird es auch schwieriger sein, Bildmaterial reinzufüttern, was anders ist. Die gibt es zwar, die männlichen natürlich, aber es ist jetzt auch nicht so üblich. Aber es ist spannend zu sehen, dass da tatsächlich dran gearbeitet wird. Ich meine, dafür ist ja so eine Beta auch da. Deshalb, da wird auch mit Sicherheit noch weiter korrigiert. Ich könnte mir vorstellen, dass das mit Sicherheit noch einige Wochen weitergeht, wo das dann so, ja, wo dann solche Sachen noch angepasst werden. Und dann, und irgendwann wird Dali 2 dann öffentlich werden und Geld kosten. Da bin ich mal gespannt, wie teuer das wird. Ja, da schauen wir mal. Nun gut, ich denke, das wird sich irgendwo im Cent-Bereich bewegen, pro Bild oder sowas. Weiß ich nicht. Also, ja, nee, kann ich nicht sagen. Ich weiß es nicht. Also, ich denke, ich denke, Leute, die da heavy, Schätzung abgeben. Genau, Leute, die heavy User sind, die werden das mit Sicherheit im Geldbeutel spüren. Ich sage, ein Zehner im Monat und da sind dann 200 Bilder drin oder so oder 500 oder so. Ja, das Business-Modell bei GPT-3, bei dem Sprachmodell ist anders. Da haben die so KI-Tokens und dann setzt du dem quasi eine maximale Geldmenge pro Monat und sagst, dann ist Schluss und 5 Dollar vorher sagt mir Bescheid, dass es bald aus ist und auch eine Möglichkeit so ist das dann so ein so ein ja, so eine Sliding-Scale so ein bisschen. Na gut, soviel dazu. Wir sind auf jeden Fall hier äh Wir nähern uns jedenfalls langsam den Holoroman, wie wir ihn aus Star Trek kennen, dass du einfach mit ein bisschen Beschreibung definierst, was du für eine Rahmenhandlung haben möchtest und der Computer generiert dir deinen ganzen Film da draus. Apropos Star Trek, wir sind im Gute Überleitung, ne? Hast du es super gemacht, im Weltall. Wir hatten ja letzte Woche schon mal über Dali, über Dali, über James Webb geredet, die geilste Kamera der Welt und das Ding liefert Bilder und wir haben letzte Woche schon mal Bilder angeguckt, die ersten offiziellen fünf, die da rausgefallen sind und ähm da gibt es tatsächlich auf der Web, auf der webtelescope.org Webseite gibt es ein äh ja, gibt es auch ein paar so Bilder, die dann zoomable sind, die haben diese Bilder in so einen Viewer reingeworfen und haben hier den äh Stefans Quintet äh mal reingepackt und das ist jetzt hier am Rechner einfach mal mit der Maus zoombar, dann sieht man relativ schnell wir sehen diese fünf Galaxien, die umeinander rotieren, zwei verschmelzen genau und du siehst halt relativ schnell kannst halt kannst halt mit diesem Viewer hier fand ich nur nett, dass die da so ein Viewer drum gebastelt haben und äh dann kannst halt mal relativ schnell in dem Bild dich bewegen und hier rein die ganzen anderen Punkte und alles Galaxien und alles was hier leuchtet auch die kleinen Bildchen hier unten und so sind alles Galaxien mit bis zu Milliarden von Sternen das ist it's so big out there mind blowing ja es ist mind blowing ja also lohnt sich da mal rein zu gucken ähm und dann hatte ich hier noch eins gibt es die ja schon gar nicht mehr weil das Licht was wir da sehen die können schon lange weg sein hat irgendjemand eingesammelt hat weggefegt den ganzen Staub da wir wissen es nicht tja und es fallen natürlich auch äh die ein oder anderen Web Bilder raus also James Web Bilder raus die man jetzt nicht so groß aufgerollt im Internet sieht und dazu gehört unter anderem ein Infrarot Bild äh der Spiral Galaxie NGC 7496 man kennt sie nicht wahr und äh die ist ähm also gesehen hab ich das Ding vorher schon mal und das ist auch ganz cool und äh was sagen was machen sie da sie haben halt äh jetzt mit den Infrarot Dingen mal drauf geguckt und da kannst du jetzt plötzlich durch das Ding durchgucken also durch so Gas und Staubwolken durchgucken mit dem Infraroten und kannst sehen wo neue Sterne geboren werden das ist ja so eine kleine Animation die hin und her schellt zwischen diesen zwei Bildern und dann siehst du plötzlich in Bereichen die vorher dunkel waren siehst du plötzlich halt äh das sieht schon fast so ein bisschen aus wie so ein na ich sag mal äh wie so wie so glühende Lava an den verschiedenen Stellen die plötzlich fichtbar wird die du vorher einfach nicht gesehen hast weil es halt schwierig war da durchzugucken es ist faszinierend was da plötzlich sichtbar wird ist bei diesen Bildern natürlich auch immer zu bedenken dass das natürlich eine Interpretation der Daten ist und dass das natürlich in real ja nicht so aussieht aber wer weiß es könnte wahrscheinlich so aussehen wenn wir eine Biene wären oder so die da mehr in Infrarot gucken könnten wir sehen ja kein Infrarot mit unseren Augen und was ich jetzt irgendwo gelesen habe ist dass sie um die Bilder also es sind es sind nicht die Farben die wir sehen aber wir haben ja RGB quasi auch im Auge sehen wir auch mit verschiedenen äh Zapfen Zapfen Egal also mit einem Typ dieser Zellen sehen wir mehr im roten Spektrum mehr im grünen und mehr im blauen Spektrum und jetzt hast du diese drei Dinge und wenn du die jetzt quasi verschiebst in den Infrarotbereich also auch da in verschiedenen Wellenlängenbereichen guckst und die dann quasi wieder runter übersetzt dann kannst du damit so Falschfarbenbilder machen die naja zumindest so die Relation zwischen den Wellenlängen beibehalten und damit auch irgendwie ganz ganz gut aussehen das ist auch schön das ist ja das ist sehr beeindruckend das und es ist halt es soll ja auch für unsere Augen soll es ja auch angenehm zu schauen sein das soll ja auch beeindruckend sein und oft sind das ja wirklich Aufnahmen die aus verschiedenen Spektren dann übereinander gelegt werden und da ist natürlich auch ein bisschen künstlerische Freiheit was man dann wie einfärbt und wie man die Ebenen miteinander verrechnet und so aber das macht es jetzt nicht weniger eindrucksvoll also ja und das war es bisher auch schon wenn wir jetzt hinfliegen könnten dann könnte es sein dass wir vorbeifliegen weil wir es nicht wiedererkennen ja und außerdem sieht es nur von uns aus so aus ja ich meine wenn du dir unsere Milchstraße unsere Galaxie anschaust von außen wenn du es könntest würde die auch anders aussehen als sie von uns aus was jetzt aussieht klar ist halt schwer weil Visualisierung von Dingen die man sonst so nicht sieht ich habe halt das schnelle Raumschiff habe ich da hinten liegen mit dem Überlicht Geschwindigkeit hier mit diesem Unwahrscheinlichkeits Drive dem unendlichen Unwahrscheinlichkeits Drive aber ich habe den Schlüssel verloren doof das ist sowas dummes was übrigens übrigens auch ich finde es fast ein bisschen schade dass die die neuen doch sehr spektakulären James-Webb-Bilder jetzt immer mit Hubble verglichen werden weil Hubble ist natürlich das arme kleine Hubble weil das ist natürlich A ist es noch aktiv und B ist Hubble einfach ein saugeiles Teleskop was einfach richtig gut ist jetzt ist das James-Webb halt noch ein bisschen besser und sieht halt noch andere Dinge aber deshalb dann wird das das Hubble wird immer so das ist wie wenn du dir jetzt irgendwie die nächste Kamera kaufst und die von vor zwei Jahren irgendwie plötzlich scheiße ist dabei ist sie das ja gar nicht ja vor allem von der Alterstrasse das ist jetzt so ein bisschen so als wenn ich jetzt die Canon R6 nehme die ich hier habe mit einem 2.8er super high-end Objektiv und vergleiche das mit meiner ersten digitalen hier so einer Option 330 mit drei Megapixeln oder so und sagt dann ja guck mal hier also die Auflösung das ist jetzt schon irgendwie ne und die Schatten es ist eine andere Zeit und man darf nicht vergessen Hubble hat da den Weg bereitet und hat in die Köpfe von uns allen hier unten einfach mal ein paar Bilder gesetzt aus dem Weltall da draußen was man vorher so einfach nie gesehen hat und nicht wahrgenommen hat da sind es so viel Wissen draus entstanden das finde ich richtig toll tja ja schön ähm coole Kameras wir müssen mal über die anderen coolen Kameras lustige Bilder im Slack ja ähm ja und zwar gibt es ähm du erinnerst dich an Klostergeister wir haben da eine kleine Bastelstunde gemacht in der wir einen Frontbokey Generator gebaut haben weil ja der der unscharfe Bereich im Vordergrund ähm dann Bildern schon nochmal eine andere Tiefe geben kann oder auch so dieses naja dieses Gefühl da wird was beobachtet man sieht's äh man sieht's gerne mal so im Bundestag oder so wo dann hinter so einer Balustrade vorfotografiert wird und das dann irgendwie äh im Vordergrund so oder eine Spiegelung die im Bokeh verschwindet irgendwie drin ist und so weiter sieht man da oft aber auch sonst sieht man's oft und ähm das äh das unsere unsere beliebten Hosentaschen Kameras die so ein wie nennt man ihn den Portrait Modus haben also die quasi das Bokeh simulieren ähm insbesondere jetzt die iPhones die konnten das bisher nicht richtig gut mit dem Vordergrund ähm ich hab jetzt im iOS 16 Preview gefunden es gibt ein Update bei der Kamera und zwar die Foreground Blur in Portrait Fotos also die der Vordergrund wenn du da was in den Vordergrund nimmst das wird jetzt tatsächlich mit der noch zu releasenden iOS 16 ähm hübscher besser sieht relativ ausprobiert ist in der Beta schon drin ist in der Beta drin ich hab mir die tatsächlich geholt weil ich weiß nicht YOLO ne man hat ja sonst keinen Spaß im Leben ist relativ ist relativ stabil tatsächlich es säuft nur Batterie wie Sau aber das machen so Betas manchmal brauchst halt ein Verlängerungskabel immer dabei ich hab auch mit so anderen Features gespielt wie zum Beispiel dem automatischen Ausschneiden Subjekt Ausschneiden so mit Track und Drop kannst du ja einfach mal irgendwie Menschen aus einem Foto rausnehmen und irgendwann das draufwerfen das funktioniert alles erstaunlich gut also ich bin ich find das so von den Featuren her ziemlich gut aber ja Vordergrund Bokeh also Front Bokeh gibt's jetzt auch von macht er also gibt's in der in der Beta schon was zu sehen hast du da schon mal ja macht er macht er sieht gut aus okay sieht okay aus also es ist tatsächlich ist tatsächlich gut und ich hab auch ich hab auch so ich glaube auch festzustellen dass so die die Kanten beim Portrait Modus so unter diese Unschärfe Schärfe Übergänge dass die relativ also dass die besser aussehen als vorher so das würde nicht schaden ja ja das muss ja auch ja das wird ja weiterentwickelt so ja sehr schön ich mach das übrigens wirklich sehr gerne mit echtem Front Bokeh indem ich mich halt mit dem Teleobjektiv relativ nah zum Beispiel am Blattwerk stelle wenn du so Bäume hast mit tiefhängenden Ästen dass ich dann die Blätter in den Vordergrund nehme und dann quasi durch die durch Lücken von den Blättern durchfotografiere das Motiv oder jetzt eben hab ich am Maisfeld gestanden und hatte dann so diese diese länglichen Blätter die ging halt so in den Bildbereich mit rein und dann hab ich zwischen die Lücke fotografiert ein Pferd was auf der Weide stand und dann hast du halt das Pferd gut gerahmt und hast halt irgendwie ja noch einen Vordergrund dabei ich find sowas ganz schön Manuel hat noch was reingeworfen zu dem Hubble Hubble ist halt die DSLR unter den Weltraumteleskopen das ist jetzt böse das ist jetzt böse ja ja Spiegel hat sie ne mehr als ein also stimmt das wird mehrfach umgelenkt das ist tatsächlich so aber die klappen nicht weg wenn man ein Foto macht insofern immer Live View weißt du na gut ja in eigener Sache in eigener Sache habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt absolut analog letzte Woche angekündigt jetzt in den Läden überall erhältlich die dritte Ausgabe dritte Auflage heute haben wir heute haben wir zwei Kartons bekommen mit Belegexemplaren mein Gott ist Papier schwer aber nun gut es ist auf jeden Fall äh wir haben ja letztes Mal schon mal ein bisschen länger drüber geredet mit neuen Inhalten und zusätzlichen äh Verbesserungen und Tabellen abgedatet und was man halt so alles tut und ist jetzt da ist jetzt zu haben und wir verlinken es jetzt mit noch mehr Inhalt positiver und mehr zu lesen mit einem Fehler der sich seit der ersten Ausgabe durchzieht wer diesen findet meldet sich an chris at happyshooting.de und erhält ein Lob nach Wahl hat sich hat sich noch niemand gemeldet ist interessant aber natürlich auch irgendwie verständlich ich meine dazu müsste man ja auch alle drei Ausgaben haben das hat dann doch einige wahrscheinlich nicht sammeln sie jetzt alle Ausgaben von absolut analog genau wenn man die nebeneinander ins Bücherregal stellt dann hat man drei unterschiedliche Farben nebeneinander stehen habt ihr ihr hättet vielleicht einen Bausatz von 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 hier von der Boxkamera weißt du wenn wir das gewusst hätten dass wir schon klar dass analog so viel abgeht dass man irgendwie alle paar Jahre hier ein Update machen kann dann hätten wir das auch getan also so so wie diese diese Mickey Mouse Bücher oder wie die da so die ja auch nebeneinander so gab es auch diese diese Bilderstrecke ergeben was weiß ich hier irgendein lustiges taschenbuch Flugzeug Flugzeug aus dem ersten Weltkrieg oder sowas und dann jetzt irgendwie den Sammelband in der ersten Ausgabe mit dem Propeller was man nicht alles tut um die Leute zum Sammeln zu bringen genau ach schön gut ähm der Leuchttisch zum selber bauen in der ersten Ausgabe eine LED eine LED eine Unterwegsfalle eine LED ja ja ne das ist also quasi quasi die Flusskrebs die Flusskrebse die Uhrzeitkrebse aber in in fotografisch ein paar Silberpartikel zum selber beschichten mhm wer Spaß ja nicht ich Spaß ja nicht na gut haben wir Fragen das war jetzt übrigens der Raum für eure Fragen hier wir hatten jetzt diese Woche keinen ihr sitzt wahrscheinlich auch alle im Freibad und das auch zu Recht ähm aber wenn ihr mitmachen wollt könnt ihr das machen zum Beispiel bei uns im Slack im Kanal hsfragen oder bei Twitter einfach twittern mit dem Hashtag hsfrage oder ihr schickt eine Frage das kann auch gerne ein kurzes Audio oder Videoschnipsel sein an info at happyshooting .de so schaut das schön gemacht hast du schön gemacht ja ja eure Fragen hier in der Sendung das äh macht uns immer Spaß auf jeden Fall wenn ihr keine Fragen schickt dann sind wir traurig so ist das dann halt dann sabbeln wir halt mehr Mist dann machen wir auch das dann ertragen schnell zu Ende da ist ja eh nichts mehr zu machen was ihr aber gemacht habt ihr habt einen Termin geschickt der Terminkalender genau und zwar hat Uwe uns einen Termin reingeworfen der geht von 20.05. bis zum 4.09. und ich dachte erst den hatten wir doch schon The Mystery of Banksy kommt bekannt vor ja aber Leipzig die Banksy Ausstellung läuft auch noch bis 4.09. in Leipzig generell scheint Banksy sehr produktiv gewesen zu sein wenn die Ausstellung seiner Werke in 4 Städten gleichzeitig läuft ähm ja wobei ich gar nicht sicher bin ob das tatsächlich alles Originale sind weil das sind ja dann doch viele viele anwendegesprühte Dinger die die man nicht einfach irgendwie abklopft also ich könnte mir vorstellen dass das ist es ein echter Banksy wenn er sich nicht selbst schreddert Fragen über Fragen das ist die Frage nee Arndt sagt das sind Kopien genau also trotzdem ne also Banksy ist Banksy ist Banksy finde ich gut wir kann man mal machen haben eine Website auf der man diese Fragen äh diese Termine findet das ist happyshooting.de slash Terminkalender dort könnt ihr nach Terminen suchen und auch Termine eintragen und wir freuen uns immer sehr und auch alle anderen die hier zuhören und ab und zu mal eine Ausstellung möchten oder so freuen sich auch wenn da neue Termine drin landen also sollte in eurer Umgebung irgendwas spannendes interessantes fotografisches passieren dann lasst uns wissen auf happyshooting.de slash Terminkalender ja wunderbar gut dann jetzt möchten wir euch gerne noch eine Aufgabe mitgeben eine neue Aufgabe damit ihr auch was zu tun habt was zu fotografieren habt denn die aktuelle Griffaufgabe die läuft jetzt am 21. Juli 2022 aus deswegen braucht ihr wieder was Neues zu tun und da wurde hier im Rahmen der Pre-Show folgende Aufgabe ermittelt Kirchenfenster die Aufgabe Kirchenfenster läuft vom 21. 7. bis zum 4. 8. das bedeutet dass ihr im Zeitraum vom 21. Juli 2022 bis zum 4. August 2022 loszieht und ein neues Foto macht zum Thema Kirchenfenster das kann das kann jetzt natürlich ein Kirchenfenster sein oder etwas was ihr mit Kirchenfenster assoziiert also da seid ihr völlig freigestellt es sollte nur irgendwie ein Zusammenhang zu dem Begriff Kirchenfenster erkennbar sein wie ihr das eben interpretieren mögt wenn ihr da was schönes gemacht habt dann ladet ihr das eine Bild bei Flickr hoch stellt es dort in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HS Kirchenfenster alles zusammengeschrieben HS Kirchenfenster wichtig ist ein neues Foto machen im Zeitraum vom 21.7. bis 4.8. und nur eines hochladen ich hab schon mein Kirchenfenster das ist auch eine gute Frage gilt ein Foto das mit Dali gemacht wurde nein das ist ja kein Foto ist ja kein Foto aber hast ja trotzdem Zeit investiert und hast dich kreativ mit dem Thema befasst ist eine gute Frage aber das müssen wir nicht jetzt ausdiskutieren ich musste tatsächlich 2-3 Runden drehen bis das rausgekommen ist das glaube ich das glaube ich ja na gut dann macht mal schön mit genau ja dann ja dann sind wir quasi heute mal ein bisschen früher am Ende aber es ist einfach unerträglich warm deshalb werden wir die Sendung diese Woche ein bisschen kürzer wir sagen an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön allen die hier mitmachen unter anderem auch unseren Unterstützern Ende Loop die diese Sendung hier unterstützt haben dann auch noch ein Danke an euch Helferlein wir haben neue Helferlein und zwar während dieser Sendung ist was jetzt tatsächlich schon zum zweiten Mal passiert ist auf unserem YouTube Kanal wir streamen das hier ja auch auf YouTube übrigens falls ihr da auf YouTube zufällig gerade sein solltet dann klickt mal auf den Daumen hoch und subscribe und was man halt so tut like and subscribe und da haben wir tatsächlich letztes Mal ein bisschen Spam bekommen in dem Chatkanal und heute schon wieder so naked hd xy egal also ich lese jetzt die URL nicht vor und habe quasi während der Sendung parallel zu ein paar Mods reingenommen also Community wieder for the win wir haben jetzt Moderatoren die uns da ein bisschen helfen das ja das im Zaum zu halten sollte nicht weiter schwierig sein aber es ist besser wenn es jemand anders macht nicht während der Sendung irgendwie dann ich abgelenkt bin ja also dafür auch ein ganz großes danke und überhaupt ja ihr seid toll und super das ist schön dass ihr da seid ich habe noch zwei kleine one more also eigentlich two more things ich fand das so schön du kennst Mark Hamill Luke Skywalker und der ist ja auch auf Twitter sehr aktiv und der hat ein Bild gepostet mit dem englischen Spruch eigentlich heißt der bin there done that also das habe ich doch alles auch schon mal gemacht naja er hat dann das hier gepostet mit bin there destroyed that und was sehen wir wir sehen halt das erste James Webb Bild mit dem Death Star drin was ich ich musste sehr laut lachen und ja auch das verlinken wir natürlich und dann noch ein zweites genau und ein zweites noch das fand ich auch sehr schön das war von XKCD they say the best camera is the one you have with you it turns out they are wrong und unter they are wrong ist halt ein Bild von James Webb also die beste Kamera ist nicht immer die die du dabei hast sondern die die da oben rumfliegt ich sage die Aussage ist falsch weil das James Webb ja auch nur mit der Kamera arbeiten hat kann die es dabei hat und insofern ist das die beste Kamera die es dabei hat okay es ist einfach so das lassen wir jetzt so stehen und in diesem Sinne wünschen wir euch noch entspannte 39 Grad morgen war es gut 3 2 1 happy shooting die 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 muudo die le sa